So Leute, der Bitcoin-Preis hatte einen Pullback und genau deshalb werden wir uns gleich darüber unterhalten, warum das Ganze passiert ist, aber was noch viel wichtiger ist, was wir jetzt von der Zukunft erwarten können. Gestern sind nämlich mal eben 410 Millionen Dollar an Kryptowährung komplett gerackt und liquidiert worden. Wir sprechen also über den Effekt, den das Ganze haben wird und natürlich sprechen wir darüber, was hinter den Kulissen passiert, damit wir eine Idee davon bekommen können, was wir zu erwarten haben. Und damit willkommen zurück, meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und das ist eine ziemlich interessante Sache. Gestern haben wir nämlich einen Push bis zu diesem ganz wichtigen Level bei 72.000 Dollar gehabt. Wie ihr wisst, ich habe ja gesagt, dass das hier ein Hauptbereich ist, der Bereich, wo die Bären versuchen werden, alles in ihrer Machtstehende zu tun, um diesen Bereich zu verteidigen. Das ist denen auch gelungen. Wir hatten einen Pullback, was allerdings auch ziemlich interessant ist, ist, dass das natürlich ganz klar das alte Level von unserem Swing-High gewesen ist. Wenn man sich das genau anschaut, dann kann man sogar sehen, dass wir ein paar Dollar über diesen Swing-High gewesen sind. Das ist ja schon mal ein ganz kleiner Erfolg, das ist schön zu sehen, aber ganz allgemein natürlich, wie ich die ganze Zeit gesagt habe, wir erwarten Seitwärtsbewegungen, wir erwarten eine ganze Weile an Konsolidierung und Pullbacks. Aber natürlich auch, dass Bitcoin langsamer sich ja nach oben trennen wird. Ich glaube wirklich, es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis wir die 72.000 Dollar nach oben durchbrechen werden. Wir sind einfach jetzt noch nicht bereit dafür gewesen. Die Bären haben uns also nach unten gedrückt. Was wir allerdings auch sehen können, ist super interessant. Wir sind nämlich nach unten gegangen und haben bei 68.500 Dollar Unterstützung gefunden, hatten einen Bounce auf 69.500 und jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hingehen werden. Aber trotzdem, ich denke immer noch, dass die Sachen für Bitcoin eigentlich ziemlich gut aussehen. Ich glaube jetzt nicht, dass die Bären versuchen werden oder sagen wir so, dass sie in der Lage zu sein werden, diesen Bereich noch länger zu verteidigen, wenn wir weiterhin auf dieses Widerstandslevel drauf treffen. Wir haben ja jetzt schon ein gleich hohes High gemacht. Wir sind hier ein paar Dollar drüber gegangen. Also wirklich ein kleines bisschen und das ist schon mal eine schöne Sache. Nicht nur das, sondern wir haben auch gesehen, dass Ethereum gestern einen Pullback gehabt hat. Hier schaut mal, die orange Linie bei 3676. Die versucht gerade in diesem Moment den Ethereum-Preis weiter oben zu halten. Schaut mal, direkt beim Körper der Kerzen hält die Linie den Ethereum-Preis oben. Das ist also auch schon mal eine schöne Sache. Wir wollen auf gar keinen Fall dieses Level verlieren. Wenn wir nämlich da durchbrechen sollten, dann ist das nächste Level wirklich erst hier unten bei 3265 Dollar. Aber sollten wir das Level verlieren und solltet ihr nochmal die Möglichkeit zu haben, bei diesem Level zu kaufen, was ich jetzt nicht unbedingt glaube, was passieren wird, aber sollte es zu einem Drop kommen, dann glaube ich, dass Ethereum wirklich eine der besten Gelegenheiten zum Kauf von Krypto sein könnte. Jetzt vor allem, wo der ETF kommen wird. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass die meisten Leute noch nicht in der Lage dazu gewesen sind, diesen Ethereum-ETF zu frontrunnen. Ich glaube also, dass Ethereum wirklich ziemlich gut abschneiden wird, wenn der ETF erstmal an den Start gegangen ist und genau deshalb, Leute, wenn ihr in der Lage dazu sein könnt, den Dip zu kaufen, dann ist das eine mega gute Sache. Deshalb ist Ethereum auch noch nicht so krass nach unten gedroppt. Deshalb findet Ethereum auch gerade Unterstützung, weil die Leute natürlich wissen, dass das eine mega gute Kaufgelegenheit direkt an der Unterstützung sein könnte. Das ist das, worauf ich momentan achte bei Ethereum, dann bei den traditionellen Märkten. Da sind wir gestern auch nach unten gegangen. Wir sprechen auch gleich über ein paar Daten, die rausgekommen sind, die eben dafür gesorgt haben, dass wir nach unten gegangen sind. Hier auf dem 4-Stunden-Start kann man sehen, wir hatten einen Pullback. Zack, wohin? Genau, direkt bis zur orangenen Linie. Von da an hatten wir einen schönen großen Bounce. Tatsächlich, ja krass, bei dem Bounce, wenn man sich das mal anschaut, haben wir es sogar geschafft, weiter nach oben zu gehen und ein neues Allzeithoch zu machen. Wenn das nicht verrückt ist, echt interessant zu sehen, riesen Pullback und wir sprechen auch gleich darüber, warum oder was es für einen Grund gab, dass wir dann auch so wieder so einen schönen Bounce gesehen haben. Aber bevor wir darüber sprechen, würde ich sagen, lasst uns noch einmal die Menge der Liquidierung anschauen. Gestern sind nämlich einfach mal eben 410 Millionen Dollar in Kryptowährungen liquidiert worden. Schaut mal, vor allem Longs wurden liquidiert und das zeigt uns, dass das, was wir gestern gesehen haben, das war ein Flaschout von Leverage. Viele Leute sind einfach Long gewesen, waren viel zu hoch gehebelt, die sind liquidiert worden und das hat dann wiederum zu einer Kaskade nach unten geführt, das hat diesen gesamten Abwärtsdruck verstärkt. Das ist der Grund, warum wir das gesehen haben. Mehr war das gar nicht. Das ist nichts Grundlegendes, nichts Fundamentales für Bitcoin. Es war einfach eine ganze Menge Leute, die einfach viel zu viel Risiko eingegangen sind und die sind liquidiert worden. Man kann das auch vor allem hieran sehen, durch die Tatsache, dass Bitcoin für 70 Millionen Dollar liquidiert wurde, aber andere, was Altcoins sind, also Others, ich glaube aus den Top 50 müsste das sein, die sind mit 115 Millionen Dollar liquidiert worden. Die sind für den großen Liquidierung verantwortlich gewesen. Super viele Leute sind also Longs gewesen, Long of Altcoins und die sind genau bei diesem Pullback geraggt worden. Deshalb, ich kann es nicht oft genug sagen, wenn ihr Hebel benutzt, solltet ihr unbedingt vorsichtig sein, aber für jeden, der einfach nur hält, Spot oder falls ihr meine Trading Strategien benutzt, ich meine natürlich klar, einige der nicht realisierten Gewinne, die wir gemacht haben, sind aufgrund dieses Pullbacks etwas geschmolzen. Wir sind jetzt nicht mehr ganz so hoch im Plus, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch wissen, dass die Volatilität genau das ist, was die Profite überhaupt erst bringen. Deswegen, diese Volatilität oder wenn wir Volatilität haben, dann werden die Bots mit der Zeit noch mehr Gewinne machen können und im Übrigen, falls ihr diese Trading Strategien selber benutzen möchtet, geht nach oben in die Videobeschreibung. Hier könnt ihr euch mit meinem Link bei OKAXM anmelden. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr sogar noch einmal bis zu 60.000 Dollar Trading Boni bekommen und dann könnt ihr euch hier unten mit einem One-Click-Setup genau die gleiche Trading Strategie holen, wie ich auch benutze. Klar, jetzt, wo der Preis niedriger ist, ist es natürlich auch ein viel, viel besserer Einstiegspunkt, um diese Strategien zu benutzen. Je niedriger der Bitkern-Preis, umso besser natürlich der Einstiegspreis. Außerdem, wenn wir jetzt noch einmal zum Lux-Algorithmus gehen, der ist auch noch nicht bärisch geflippt. Das Kaufsignal ist also immer noch intakt und, wie ich euch in der Vergangenheit gezeigt habe, das war immer in der Vergangenheit ein mega, mega gutes Kaufsignal. Ich lasse euch allerdings natürlich sofort wissen, wenn wir sehen, dass wir hier bärisch werden oder natürlich auch, wenn wir das nächste Kaufsignal bekommen werden. Falls ihr im Übrigen das gleiche Trading Toolkit benutzen möchtet, also den Lux-Algorithmus, was meiner Meinung nach wirklich das Beste auf der Welt ist, gebt es in der Videobeschreibung mit meinem Link auch noch einmal 20% Rabatt. Also, wenn ihr Interesse habt, schaut euch das Ganze mal an. Dann kommen wir noch einmal zu dem Grund, warum es gestern zu dieser Volatilität gekommen ist. Es hat natürlich viel mit den Daten zu tun, die rausgekommen sind. Was wir nämlich erst gesehen haben, war, dass die US-Wirtschaft 272.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat. Und das war bärisch für den Markt, weil, wenn mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, bedeutet das, dass die Wirtschaft stark ist. Und das hat der Markt dann als schlechtes Zeichen gesehen und wurde etwas abverkauft. Dann, wie ich bereits gesagt habe, haben wir allerdings diesen Bounce gesehen. Und das war der Zeitpunkt, wo die Leute gesehen haben oder realisiert haben, dass viele dieser Stellen Teilzeitstellen gewesen sind. Und wenn man mal etwas genauer hinschaut, die Vollzeitstellen, die sind tatsächlich um 625.000 zurückgegangen. Gleichzeitig ist die Teilzeitbeschäftigung von um 286.000 Stellen angestiegen. Daraus ergibt sich also das Bild, dass immer mehr Menschen ihre Vollzeitstellen verlieren und stattdessen auf mehrere Teilzeitstellen ausweichen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das so anschaue, dann muss ich ganz ehrlich sagen, sieht das nicht nach einer starken Wirtschaft aus. Und wenn die Wirtschaft nicht stark ist, ja, dann wird es natürlich wahrscheinlicher, dass wir Zinssenkungen und all diese Sachen bekommen. Und dann gab es natürlich diese Erholung und tatsächlich noch einmal ein neues Allzeithoch für den S&P 500. Ist schon wirklich verrückt zu sehen, wie die Sachen hier mit den Daten kommen, immer nach oben und unten schwingen. Aber ja, ihr dürft nicht vergessen, Jerome Powell, wir werden, ich glaube, nächste Woche eine Ankündigung machen, wo die euch sagen werden, ob sie die Zinsen senken werden oder nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass sie das machen werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber alle Augen werden auf die Pressekonferenz gerichtet sein, um zu sehen, was eben herauskommen wird. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, die wir im Auge behalten werden. Aber ganz allgemein, Arthur Hayes zum Beispiel, er sagt voraus, dass der Bullrun weitergehen wird, weil viele Zentralbanken damit begonnen haben, die Zinsen zu senken. Und während sie das machen, erhöhen sie natürlich den Druck auf Jerome Powell, um auch die Zinsen zu senken. Das ist nämlich auch gut. Ich glaube immer noch, dass wir momentan in einer sehr gesunden Lage sind. Die einzige Sache ist, dass wir langsam steigen. Wir sehen nicht diese grünen 5000 Dollar Kerzen nach oben, die einfach nach oben schießen. Aber das ist absolut in Ordnung, wie ich euch gesagt habe, ich persönlich würde gerne weitere Volatilität im Zickzackmuster laufen sehen. Weil wenn wir mit der Zeit nach oben steigen und diese Volatilität haben, dann ist das tatsächlich optimal für meine Tradingstrategien. Deshalb, ich bin immer noch der Meinung, dass meine Tradingstrategien deutlich besser absteigen werden, als wenn man einfach nur Bitcoin oder irgendwas anderes hält. Also, wir werden mal abwarten, ob ich damit richtig liegen werde. Bis jetzt war das auf jeden Fall mal der Fall, wenn man sich die Ergebnisse mit der Zeit anschaut. Im Großen und Ganzen war es das dann auch schon fürs heutige Video. Wie immer, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns dann im nächsten Video.